Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Hard News, der News-Serie rund um die Kooperation zwischen der FH-Joneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. Unsere Außenreporterin Laura Reibenschuh wird sich heute mit Lisa Zimmermann vom Studiengang für Informationsmanagement unterhalten. Aber sie ist nicht allein, sondern hat tierische Unterstützung. Luis? Luis? Oh, ich bin ja schon auf Sendung. Hallo, hier ist die Lara. Ich bin heute in der Alten Poststraße 149 im dritten Stock und werde gleich ein Interview mit Lisa Zimmermann vom Studiengang Informationsmanagement führen. Was wird der Studiengang Informationsmanagement zu den Special Olympics beitragen? Der Studiengang Informationsmanagement an sich wird nicht wie andere Studiengänge direkt in die Special Olympics involviert sein. Wir wollen unsere Studierenden auf das Thema der Special Olympics aufmerksam machen, auf die Thematik der Special Olympics aufmerksam machen. Und wir tun das in zweierlei Form. Im Rahmen der Lehre, im Fach Präsentationstechnik mussten die Studierenden des dritten Semesters einen Aufruf zur Teilnahme an den Special Olympics machen, verfassen, schreiben und vortragen. Und andererseits im ersten Semester, die Studierenden haben die Aufgabe, eine Athletin oder einen Athleten zu kontaktieren im Rahmen des Englischunterrichts und dort eine Factbox verfassen. Also sie müssen mit der Person in Kontakt treten und herausfinden, warum sie jetzt bei den Special Olympics teilnehmen, wie lange sie das schon machen. Und das Ziel wäre, dass wir uns im März dann, wenn die Special Olympics stattfinden, dass wir uns einen der Bewerbe des Floorhockey anschauen und dass unsere Studierenden dann auch diese Personen, mit denen sie in Kontakt getreten sind, interviewen. Okay, und es wird, glaube ich, auch eine Veranstaltung an der FH geben. Was genau wird da ablaufen und wen wollen Sie damit erreichen? Das Institut Informationsmanagement wird gemeinsam mit dem August-Eichhorn-Institut für Soziale Arbeit der FH Joanneum eine Veranstaltung organisieren zum Thema Facetten der Inklusion. Das findet statt am 2. März und da geht es um inklusive Didaktik und es geht auch darum, aufzuzeigen, welche Projekte es zu diesem Thema der Inklusion es bereits gegeben hat. Und ein bisschen wollen wir auch die Leute dazu motivieren, sich bei den Special Olympics ein bisschen einzubringen, zumindest als Zuschauerinnen und Zuschauer. Was genau versteht man unter dem Begriff inklusive Didaktik? Das ist eine Art des Aufbereiten des Unterrichts, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen dem Unterricht leichter folgen können. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze und Grundlagen und gerade im tertiären Bildungssektor gibt es sehr wenig Ausbildung dazu, aber wir konnten einen ganz tollen Vortragenden gewinnen, der uns da die neuesten Ansätze vorstellen wird. Das wird sehr spannend. Und ist dieses Thema auch regulär im Stundenplan enthalten oder wird es nur für die Special Olympics jetzt aufgegriffen? Dieses Thema ist nicht regulär im Stundenplan enthalten, ist auch an sich nicht regulär vorgesehen, sondern der Anlass dazu sind wirklich die Special Olympics. Wobei das Thema der inklusiven Didaktik im tertiären Bildungssektor natürlich eines ist, das uns immer mehr betrifft und wo ich mich sehr freuen würde, wenn sich viele Lehrende damit auseinandersetzen. Das war ja ein sehr informatives Interview mit Lisa Zimmermann. Hiermit zurück zu dir ins Studio, Patrick. Und ich gehe jetzt den Louis suchen. Na dann hoffen wir, dass sich die beiden endlich irgendwann finden. Eine Chance haben sie ja noch in der nächsten und letzten Folge von Hard News, die sich mit unserem Studiengang, dem Studiengang Journalismus und Public Relations beschäftigt. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut.